Ja, live, wie ich letztes Jahr vorgestellt habe, das ist schon wieder ein Jahr her. Also wie ich in der Branche gesehen habe, das überlassen wir anderen. Die waren nicht unbedingt begeistert, als wir das Fahrzeug eingeführt haben. Der Erfolg gibt uns ja da recht. Und jetzt setzen wir noch eins drauf. Mehr Raum, mehr Freiheit, mehr Flexibilität, mehr Stauraum, mehr Nutzlast, einfach mehr. Er ist aber nicht einfach nur größer. Raumgefühl pur. Und jetzt kann ich im Prinzip da auch mal bewusster bei der Grundrisskonzeption durchgehen. Ich muss eigentlich keine Kompromisse eingehen. Was kompromissloser Sitzkomfort bedeutet, zeigen wir mit der geräumigen L-Sitzgruppe mit separatem Seitensitz. Und dann ist das natürlich sehr viel Detailarbeit. Dann ist es sich reinbeißen. Um die Ergonomie der Sitzgruppe zu steigern, setzen wir das KNAUS-typische TV-Fach mit Gurtbock-Anbindung komplett neu auf. So dass wir hier in allen Bereichen besser geworden sind. Also ich habe mehr Platz in der Sitzgruppe. Ich habe größere Fernseher. Ich habe die Gurtbock-Anbindung deutlich zurücknehmen können, was ja auch Gewicht spart und gleichzeitig Kosten gespart. An Platz und Funktion sparen wir in der nahtlos angrenzenden Winkelküche aber nicht. Stauraum satt, kombiniert mit einem 177 Liter Slim-Tower-Kühlschrank mit Doppelanschlag. Wir haben im Anschluss dann unser Raumbag. Wie ein zweites Zimmer. Mit der Schwenktür des Waschraums neben der freistehenden Runddusche kann das Heck vom Wohnbereich getrennt werden. Und da kommt uns natürlich die Größe des 900ers entgegen. Der Bettbereich wartet mit über zwei Meter langen Einzelbetten auf. Den Platz davor nutzen wir für einen geräumigen, deckenhohen Kleiderschrank. Dass wir hier, glaube ich, einen tollen Übergang geschaffen haben, um Wohnqualität mit in den Urlaub zu nehmen. Es zeigt Stärke. Es ist ein Fahrzeug, was schon im Standjahr gierig nach vorne möchte. Die dynamische Bugmaske mit Panorama-Frontscheibe lassen den Live-E auch auf drei Achsen die Zähne zeigen. Vollintegriertes Fahrzeug in den Preissegment. Und dann Voll-LED-Scheinwürfe einbaut. Serienmäßig. Das hat sich schon ein Statement. Dazu kommen Sideblades mit Chrom-Applikationen und die Produktgrafik in Carbon-Optik über die gesamte Fahrzeuglänge. Eine große Garage mit Durchlademöglichkeit und die Knaus Cat-Eye Evolution Heckleuchte mit Wischblinker runden alles nochmal ab. Ich glaube einfach, dass man die Designlinie bei der Live-E Baureihe vom Grund auf so gewählt hat, dass es eben auch ein Dreiachser sehr, sehr gut tragen kann. Neue Upgrades wie die extra breite Aufbautüre, die optionale Alde-Warmwasser-Fußbodenheizung und neue Möbel- und Absatzdekore heben das Wohngefühl auf die nächste Stufe. Nicht nur im Live-E 900, sondern in der gesamten Live-Baureihe. Er sieht einfach mega genial aus und ist gefällig. Gepaart mit einem Preis, der eigentlich zwei Nummern kleiner ist. Mit dem 900er schaffen wir jetzt eine neue Klasse, die es so im Markt noch nicht gibt. Preis-Leistung beim 900 bedeutet für mich, verlangen Sie nicht weniger und zahlen Sie nicht mehr. Vor allem schaut er heute richtig geil aus. Der neue Einstieg in die Königsklasse. Geballte Knausqualität auf drei Achsen zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.